Wir haben hier noch mal einen Abschluss, und zwar von diesen dreien Gielen aus dem Kanton Schweiz oder Gneller von Schweiz kommen Sie. Die Stücke, die wir werden hören, Klänge aus dem Kandertal, das ist die Komposition von Hans Witwer. Ebenfalls eine neue Szene haben Sie auf dem Merit, so klingt es in unserer Heimat. Drei Gielen aus der Schweiz, urchig und genial, viel Vergnügen und einen riesigen Applaus an André Bühler, Birmin Bürgi und Lorenz Ulrich am Ländler-Trio Bühler-Bürgi-Schweiz. Wir sehen uns wieder heute in der Woche. Bis dann. Kein Stress, kein Taube und kein Ärger. Auf Wiedersehen miteinander. Adios zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik